ja servus ihr lieben und herzlich willkommen zurück hier zu der neuen folge wildbachtal heute am sonntag den dritten juni 2018 schön dass ihr dabei seid heute morgen ist das jetzt die erste folge für den heutigen sonntag heute nachmittag um 17 uhr kommt die nächste die zweite folge der wildbachtal würde mich freuen wenn ihr natürlich auch dort reinschaut wie gesagt heute sonntag zwei folgen wieder wildbachtal so wir hatten in der letzten folge hier das feld angefangen zu grubbern das machen wir jetzt in dieser folge fertig und dann schauen wir mal was wir noch machen können heute im lauf des tages heute kommen insgesamt heute ich nehme gerade am samstag auf deswegen gerade am überlegen aber heute kommen insgesamt fünf videos mit dieser folge hier online auf meinem kanal und wie gesagt mal schauen wie das bei euch ankommt dass jetzt regelmäßig videos online kommen und nicht nur die ganze zeit live streams ich denke das ist positiv für einige weil die nicht ganz so viel zeit haben zum reinschauen und von daher finde ich das auf jeden fall eine sache die sein muss hier mit videos vor allem es macht auch spaß wie das zu schneiden und alles das muss man dazu noch sagen das macht mir unheimlich viel spaß wird auch sag ich mal immer besser bei mir einmal von der technik her von möglichkeiten her da vom ausprobieren her ich probiere immer mehr aus hier das wird jetzt auch die erste folge die zweite folge sein mit endscreen da plane ich im prinzip nach dem outro ein endscreen noch zu machen wo er die besten folgen seht wo er den kanal noch mal abonnieren könnt und 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 da muss ich mir noch was überlegen wie das ganze aussieht dann aber ich habe damit schon ein bisschen was an planung wie sagt heute steht einiges an das kann ich euch ganz ehrlich sagen jederzeit haben wir jetzt fertig und heute kommt noch diese diverse andere games wie zum beispiel um zwölf uhr kommt schon roller coaster titan 3 um 17 uhr kommt die zweite folge wildbachtal um 18 uhr kommt die vorstellung vom autowerkstatt similator 2018 für die nächsten drei wochen da hatten wir drei autos aus der scheune geholt die werden wir in den nächsten drei wochen alle restaurieren und dann um 20 uhr zum abschluss noch mal eine folge roller coaster tiken 3 für nächste woche ist der upload plan auch schon online wie da gucken will kann sich das gerne auf meine homepage anschauen da zweimal unten in die video beschreibung geht und dort den upload plan auf den upload plan klicken auf den link zum upload plan so ich glaube jetzt habe ich gut dann einmal den grubber hier abstellen dann einmal den düngestreuer schnappen einmal den düngestreuer und abzufällt 11 hoppala 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 so einmal zurück zu feld 11 dann können wir dort eben düngern dann mit der neu einsaat beginnen Ziemlich wackelig hier. Muss man ja schon sagen. Ein bisschen weit weg vom Rand. Korrigieren wir mal. So, sehr schön. Das passt doch hervorragend. Das passt doch hervorragend. Das passt doch. So, ja, ich hab ne Meise, ich hab ne Meise. Wenn ihr das erkannt habt, dann seid ihr gut. So, sehr schön. Ne, aber wie gesagt, ich hab wirklich richtig viel Spaß da dran, Videos für euch zu machen. Ich glaub, das merkt man auch. Und wie gesagt, auch nächste Woche ist wieder einiges geplant. Und ich werd mal gucken, ob ich heute schon das eine oder andere für nächste Woche aufnehmen kann. Dass ich dann nächste Woche ein bisschen mehr machen kann wieder. Es werden noch zwei Folgen Restaurant Gigant dazu kommen. Plan für dienstags und donnerstags. Hab ich mir das gedacht, dass wir das da machen. Und ansonsten zeitlich können wir mal schauen, was wir noch machen können. Schauen wir einfach mal. So. Hoppala. Wie gesagt, es fehlt viel. Komm demnächst auf meinem Kanal jetzt die Tage. Ich werd versuchen, euch möglichst viel, auch unterschiedlichen Content vorzubereiten und zu bringen. Ich denk mal, das wird relativ gut werden. So. Jetzt kommt die Einsat. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen, glaub ich, mal Weizen wieder. Weizen sieht gut aus. Hoppala. So. So. Wir fahren hier ab, runter zum Feld. Und dann wisst ihr schon, worum es in der nächsten Folge heute Abend gehen wird. Und zwar werden wir hier beginnen mit der Einsat, mit der Weizen Einsat auf Feld 11. Wir gucken uns nochmal um, wegen der Karte, wie es da aussieht. Wir schauen einmal Wachstum. Sieht aus, ja, Feld 10 ist in der letzten Wachstumsstufe. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber alle Felder sind gedüngt. Klasse. So macht das Spaß. Dann mal gucken, wie wir das am besten machen können. Eventuell holen wir uns noch Feld 15 dazu. Wie viel kostet das? 28.000. Das hätten wir sogar noch da. Ja, ansonsten gibt es noch ein anderes Feld, was besser wäre. Feld 19 wäre kleiner, kostet 20.000. Feld 19. Okay. Was ist denn auf Feld 19 drauf? Auf Feld 19 ist Mais drauf. Ja. Ja. Okay. Das wäre noch eine Idee, Feld 19 zu kaufen. Und was zahltet ihr davon, wenn wir uns noch Feld 19 hier dazu holen? Das ist jetzt nicht so ganz teuer. Und auch in der Nähe vom Verkauf hier. Und wäre das eine gute Idee? Was meint ihr? Aber meine, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Und da findet ihr den Uploadplan für die kommende Woche auch. Und natürlich noch sonstige Infos. So, hier starten wir schon mal den Kollegen. Dann werden wir in der nächsten Folge hier beginnen mit der Einsaat auf Feld 11. Weizen. Und dann bedanke ich mich erstmal hier fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sage ich Tschau und auf Wiedersehen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020